Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen YouTube Video von mir. Ja, lange ist es her, als ich das letzte Video gepostet habe, aber jetzt geht es wieder los. Wir sind gerade on Tour, wir sind irgendwo und nirgendwo hinter Nürnberg und ich besuche heute einen Fan von mir. Richtig cool, ich hatte damals nämlich ein Treffen mit mir verlost unter allen Leuten, die einen Kalender bei mir bestellt haben. Ja, und die liebe Michelle ist die Auserwählte und wir sind jetzt hierhin gefahren und werden heute den Tag mit ihr zusammen verbringen. Ich glaube, das wird super, super schön und ich bin mal gespannt, wie diese Aktion so verläuft und ob ich es vielleicht auch nochmal mache. Genau, wenn ihr mehr von mir verfolgen wollt, dann folgt mir doch gerne auf meinen anderen Social Media Plattformen. Einmal auf Instagram und einmal auf TikTok. Da heiße ich genauso wie hier Anja Fee und da kommt auch regelmäßiger Content. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da auch folgt, genauso wie hier. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. So, wir sind jetzt angekommen. Hier steht auch schon die liebe Michelle mit ihrer Mama neben mir. Ich habe dir auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Das siehst du jetzt gerade schon in meiner Hand. Ich finde, das passt auch schon mal total gut zu deinem Outfit. Hier ein kleines Halfter. Vielleicht passt das ja ein von deinen Schätzen. Ja, ganz gut. Und auch noch ein Manspray. Das kann man ja auch immer brauchen. Ja. Dankeschön. Gerne. Wirklich schön. Danke. Ja, und wir gehen jetzt deine Schätze besuchen. Genau, ja. Und gucken jetzt erstmal die Pferde an. Genau. War leider nicht so schön Wetter, aber vielleicht wird es noch besser. Wir sind hier gerade, will ich mal sagen, im Schätzchen. Hier ist die Sattelkammer und hier sind schon einige Schabracken und Trensen. Das ist ja ein Traum hier. Das ist richtig, richtig toll. Mega, mega schöne Trensen und Sättel. So ein richtiges Paradies hier. Und hier geht es auch noch weiter. Das ist richtig krass. Hier kann dann auch das Halfter schön seinen Platz finden. Also ja. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist cool. Ich bin dein Lieblingshalfter. Oh, ich lieb's. Oh mein Gott. Normalerweise ist leider nicht so. Nein, das ist voll schön. Ja. Ach, ich habe es auch schon mal. Ich habe auch ein Geschenk bekommen. Oh, voll schön. Herzchen, Leckerlis. Ich habe mir noch nicht denken müssen. Ich muss auch die Schabracken noch nicht. Ach, vielleicht willst du ja heute wandern. Vielleicht reite ich heute in der Schabracken. Muss sie einweihen. Mega cool. Ich liebe die Farbe. Besonders auch Hafi sieht die gut aus. Cool. Du bist ja richtig cool. Ich bin ja vorsichtig hier. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich tu dir nichts. Oh. Findest du das gut? Findest du das gut? Ich bin gut im Kraulen. Das sagen die anderen Pferde auch immer. Ja, der ist immer ganz skeptisch. Ich bin ja von mir. Ich bin ein Papplinger-Schenis. Boah, hi. Das ist halt Edelbeer. Hi. Du hast ja einen kleinen, süßen, zarten Kopf. Hallo. Oh, ein sehr hübsches Gesicht. Hübsche Augen. Und das ist die Mama zur Shakira. Oh mein Gott, noch mehr Hafis. Ah. Oh mein Gott. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Haflinger hast. Ich glaube, die wird dir am besten gefallen, weil die hat auch so eine schöne Mäle. Hallo. Oh. Die hat auch ganz lange Mäle. Hallo. Die? Ja. Oh ja. Oh, du bist auch schön. Hallo. Harry Potter, der hat mal gegen den Blitz aufgestimmt. Ui. Ui. Hübschi. Oh, da hast du schöne, helle Augen. Hallo. 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 Ja. Ich hab was zu essen für dich mitgebracht. Oh. Oh. Alles gut. Hallo. Oh nein. Hallo. Oh. Du siehst aus wie ein kleines Flauschig. Oh. Der ist aber echt artflauschig. Oh. Nimm mich mit ins Bett. Den hätte ich gerne mit im Bett. Ja. Oh ja. Ein kleiner Mini-Haflinger. Komm her. Tidididididi. Tididididi. Hallo. Hallo. Das Beste. Ja. Alles süß. Und dann hat mein Mikro aufgegeben und der Ton ist nicht mehr mit aufgenommen worden. Ich hab mir auf jeden Fall das rosa Plüschhalter geschnappt und die Goldfee und hab sie dann ja aufgehalftert und dann sind wir auch direkt zum Putzplatz gelaufen. Dann haben wir sie erstmal versucht anzubinden. Ich war erstmal ein bisschen zu inkompetent, die Länge dafür rauszufinden. Naja, die Michelle hat mir dann geholfen. Dann hab ich sie erstmal ein bisschen geputzt. Sie ist noch gar nicht so krass im Fellwechsel. Da war ich total erstaunt. Aber wirklich eine super, super liebe Maus. Hier einmal im Schnelldurchblick. Dann hab ich noch die Hufe geölt. Und dann hab ich auch noch bandagiert mit meinen Lieblingsbandagen aktuell. Ich find die Farbe einfach so, so schön. Das ist die aktuelle RightNow-Kollektion von Löstau. Ich darf jetzt heute sogar ihre neue RightNow-Decke einweihen. Die hab ich ja auch. Ich liebe die. Und die liegt jetzt heute das erste Mal auf dem Seat. Also ich denke, dass du so im Elfen noch nicht... Jetzt reiten! Ja! Let's go! Let's go! Let's go! I see you're broken and beat. Hat pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender. Darling, you were meant to survive. With every snive. We are born again. Open your heart. Spend this time in your head. With every star. We are born again. Open your heart. Spend this time in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall. Staring out over my heart. Staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches. We can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more drive. With every star. We are born again. Open your heart. Spend this time in your head. Wo ist das denn jetzt hin? Hier. Hier frei. So, jetzt gibt's noch Pizza für uns. Lecker, lecker. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Sie kann noch Kunststücke. Ja, Smile. Super cool. So ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Ich sitze jetzt gerade im Büro und hab das jetzt schon fertig geschnitten. Ich würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr auf TikTok und auf Instagram auch mal vorbeischauen würdet. Da nehme ich euch wie gesagt echt häufig mit und wenn ihr dem Video auch vielleicht ein Like geben könntet und mir folgen würdet. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.